Ich gebe dir heute drei essentielle Tipps, wie du deine akustischen Gitarren schneller und besser abnischen kannst. Ich zeige dir zwei Ansätze zum Thema EQ, einen ungewöhnlichen Ansatz zum Thema Kompression von einer akustischen Gitarre und einen Tipp zum Thema Stereobreite. Los geht's! Wenn es ums Thema Frequenzen bei akustischen Gitarren geht, habe ich zwei sehr pragmatische Ansätze, die ich fast immer verwende. Das heißt, das sind so meine Startpunkte und wir fangen mal an mit Ansatz Nummer 1. Hören wir mal in diese Gitarre hier erstmal rein. Die Gitarre wurde mono aufgenommen mit einem ordentlichen Mikrofon und in einer akustisch optimierten Umgebung. Aber sie klingt so ein kleines bisschen dumpf und sie klingt noch nicht so super spannend. Deswegen fange ich jetzt an mit Ansatz Nummer 1 zum Thema EQ und da konzentriere ich mich hauptsächlich auf drei Frequenzen. Zum einen ist das der Bereich um die 80 Hertz circa. Da hast du einen schönen, bauchigen Sound meist von der Gitarre. Wenn du hier ein bisschen anhebst, bekommst du diesen satten, warmen Sound der Gitarre und kannst ihn besser rausholen. Die zweite Frequenz ist um die 400-500 Hertz. Das ist bei vielen Instrumenten, teilweise auch beim Gesang so. Da klingt die Gitarre oft ein bisschen mumpfig. Und der dritte Bereich ist so ab 5000 bis hoch bis 10.000 Hertz. Da hebe ich die akustische Gitarre oftmals, das kommt natürlich immer individuell ein bisschen drauf an, ordentlich an. Da bekommst du noch diesen Pop-Klitzer und kannst auch die Anschlagsgeräusche ein bisschen besser vorholen. Ich lasse die Gitarre jetzt erst nochmal so laufen und schalte dann den Equalizer zu. Das ist also ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und tatsächlich funktioniert dieser Ansatz bei den meisten Gitarren. Wenn ich also Gitarren habe, zum Beispiel bei einem Gitarrenduo oder wo ich die Anschlagsgeräusche ein bisschen mehr haben möchte, vor allem in sparsameren Arrangements, wo die akustische Gitarre ein bisschen eine größere Rolle spielt, verwende ich diesen Ansatz. Der zweite Ansatz zum Thema EQ ist bei mir genau der gegenteilige Ansatz. Den verwende ich hauptsächlich, wenn ich eine oder mehrere akustische Gitarren im Mix habe und nicht möchte, dass die mir, gerade so gestrumpte Gitarren, den Mix zumumpfen. Hören wir mal hier in dieses Beispiel rein. Der Trick bei diesem Ansatz, und das ist, was sich viele nicht trauen, ist die Gitarre in den Tiefen, wo wir sie jetzt gerade angehoben haben, massiv zu beschneiden. Denn die Gitarre, gerade diese ist ein gutes Beispiel, mumpft sehr viel rum. Und wenn wir jetzt hier natürlich den Bass noch mithaben, hier noch ein Piano, das sich im gleichen Bereich bewegt, dann kann es sein, gerade wenn die akustischen gedoppelt sind, dass sie dir wirklich den Mix zumatschen. Und deswegen konzentriere ich mich hier auf Folgendes. Und zwar habe ich hier die Bässe massiv abgesenkt. Also ein richtig heftiger Low-Cut. Ich habe hier auch nochmal, wie ich es bei der anderen Gitarre auch schon gemacht habe, die 400-500 auch nochmal abgesenkt. Das heißt, du siehst schon, die Gitarre ist wirklich sehr, sehr dünn hier, bis 500 Euro, wollte ich schon sagen, 500 Hertz. Und dann ab 2, 3K habe ich wieder angehoben, so wie bei der anderen Gitarre auch. Denn ich möchte ja die Anschlagsgeräusche haben. Und somit verwandle ich die Gitarre hier ein bisschen mehr in ein perkursives Element, als in ein harmonisches Instrument, damit es sich nicht so mit den anderen zwei Gitarren und dem Piano in die Quere kommt. Das wird jetzt solo erstmal recht dünn klingen, aber solo wird sich diese Gitarre ja später auch keiner mehr anhören. Also hören wir mal rein. Du hörst, die Gitarre hat hier wahnsinnig viel Energie hier unten, gerade in den Tiefmitten und in den Bässen. Das können wir bei so einem Mix jetzt hier so nicht laufen lassen, dann müssen wir beschneiden. Jetzt pass mal auf, wenn wir das im Gesamtmix anhören, wie viel Mumpf du durch diese EQ-Bearbeitung bei der Akku rausziehen kannst. Ich habe das auch noch ein bisschen leiser gemacht. Das war jetzt ein bisschen lauter, damit du den Unterschied hörst. Aber da kannst du schon sehr genau hören, jetzt mit diesem Ansatz, wenn du also gedoppelte Gitarren hast, wenn du ein dichtes Arrangement hast, dann lohnt es sich wirklich in den Tiefen viel zu beschneiden und in den Höhen anzuheben, dass du nur noch den perkursiven Anteil hast, der das ein bisschen unterstützt. Aber so mumpfen dir deine akustischen Gitarren auf keinen Fall den Mix zu. Natürlich auch bei dieser Bearbeitung hier wieder, das ist nur ein Ansatz, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber der funktioniert bei mir zu 90%. Weiter geht es mit dem nächsten Tipp. Wir kommen zum Thema Kompression. Ich zeige dir jetzt erstmal hier am ersten Beispiel nochmal, wie man so eine Gitarre normalerweise komprimiert oder wie es die meisten machen. Und dann zeige ich dir am zweiten Beispiel ein bisschen eine abgefahrenere Methode, die mir aber wirklich sehr, sehr gut gefällt. Normalerweise, wenn du so eine gestrumpte Akustik hier komprimierst, dann versuchst du hauptsächlich die Strums, also die Anschlaggeräusche ein bisschen runter zu drücken, weil die lauter sind, zum einen. Zum anderen musst du aber auch aufpassen hier, dass du die Attack-Zeiten nicht zu kurz machst, weil du sonst die Transienten abschneidest. Ich lade einfach Logix Store Compressor rein. Wir nehmen gleich den hier und dann versuche ich die Gitarre jetzt mal hier einfach herkömmlich zu komprimieren. Ich schalte Autogen off, wähle eine moderate Ratio und dann legen wir auch schon los. Okay, das funktioniert schon ganz gut. Jetzt erstmal, du siehst, dass er so diese Anschläge ein bisschen runter drückt und dass es nicht so extrem schwankt, weil er hier auf die Einsat, auf die Downbeats immer relativ reinhaut. Das Problem bei dieser Sache ist, zumindest für mich, dass du die Kompression bei so akustischen Gitarren irgendwie immer hörst. Egal wie viel Mühe ich mir gebe, ich höre immer, wie die gestrumpte Gitarre beim ersten Strum vom Kompressor, was auf die 12 kriegt und wie das runter gedrückt wird. Und irgendwie ist das für mich immer, klingt das für mich immer ein bisschen unnatürlich. Und deswegen habe ich, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, von einem, irgendeinem Mixing Engineer aus Nashville. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Der hat die sogenannte Butter Compression nennt er das oder die weiche Kompression mal vorgestellt. Und die hat mich sofort fasziniert. Das heißt, ich lasse jetzt mal diesen Kompressor hier an und ich lade genau den gleichen Kompressor-Typ nochmal rein, weil sonst macht ein Vergleich nachher ja keinen Sinn. Der Gag an dieser Sache ist jetzt, dass du sowohl Ratio als auch Threshold komplett runterdrehst. Ich orientiere mich von Attack und Release einfach nochmal am ersten Kompressor, denn das passt ja soweit. Und jetzt, was du jetzt machen musst, ist einfach, wenn die Gitarre läuft, die Ratio langsam nach oben zu drehen. Das bedeutet also, praktisch jeder Schnipsel, alles von dieser Gitarre wird komplett komprimiert und zwar bei einer Threshold von minus 50. Komplett alles. Allerdings werde ich die Ratio nicht sonderlich weit hochdrehen, sondern nur ein kleines bisschen, weil sonst smashe ich ja sozusagen diese Akustik-Gitarre zusammen. Und dann wirst du hören, hast du eine viel weichere Kompression, das heißt, du hast den gleichen Effekt, der Dynamik, die Dynamik-Range wird ein bisschen eingeschränkt, aber viel unauffälliger. Und das gefällt mir viel besser. Also, ich drehe einfach nur die Ratio jetzt langsam nach oben. Musik Und ich habe den Eindruck, wir hören uns jetzt gleich nochmal im Verhältnis. Ich habe den Eindruck, dass die Gitarre so viel natürlicher klingt und man merkt den Kompressor einfach viel, viel weniger bis gar nicht. Es klingt viel, viel unauffälliger. Schalten wir mal direkt jetzt zwischen den beiden Kompressionen hin und her. Der herkömmlichen nenne ich sie mal und der weichen Kompression. Und da bin ich mal gespannt, was dir besser gefällt oder ob dir das auffällt. Also, los geht's. Musik 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 Was meinst du? Ist das totaler Quatsch? Hörst du überhaupt keinen Unterschied oder hörst du, so wie ich, sehr wohl den Unterschied? Und diese Art der Weichenkompression kommt hier für gestrumpte Akustikgitarren viel besser. Beim nächsten Tipp geht es um das Thema Stereobreite. Wir hören uns mal dieses Beispiel hier an. Also auch diese Gitarre ist Mono aufgenommen mit einem Mikrofon und hört sich so schon ganz ordentlich an. Was hier jetzt das Problem ist oder zum Problem werden kann, dadurch, dass es eine Monospur ist, dass sie ein bisschen dünn klingt. Und jetzt möchte ich diese Gitarre gerne breiter haben. Ich möchte sie fetter haben. Ich möchte sie künstlich breiter im Stereofeld haben. Und das kannst du jetzt machen und zwar über das Sample Delay oder irgendein Delay, das du in deinem DAW hast. Ich benutze hier einfach das einfachste Delay und der Trick jetzt hierbei ist, diese Spur von Mono in Stereo zu verwandeln, sodass er diesen einen Kanal in zwei aufsplittet. Alles, was ich jetzt mache, ist von der rechten Seite circa 800 Samples diese Spur nach hinten zu ziehen. Das heißt, es wird delayed. Das sind ungefähr so 20 Millisekunden. Und dann wirst du merken, dass diese Gitarre wesentlich fetter klingt auf einmal, weil wir hier eine künstliche Stereo-Gitarre erschaffen haben. Ich ziehe es mal direkt hoch. Hier einfach die rechte Seite, diese künstliche rechte Seite. Und sie wird sich dann etwas nach hinten verschieben, was dann den Effekt hat, dass diese Gitarre wesentlich breiter klingt. Du siehst also auch hier mit diesem wirklich sehr, sehr einfachen Trick Unterschied wie Tag und Nacht. Und so kannst du aus einer etwas dünneren Mono-Gitarre sehr schnell eine etwas breitere, fettere, akustische, gezupfte Gitarre machen. Was du jetzt hier gerade am Anfang bei den ersten zwei Tipps mitbekommen hast, ist, und das finde ich bei der akustischen Gitarre immer am wichtigsten, die Arbeit mit dem Equalizer. Also das ist enorm, was du da an Verbesserungen rausziehen kannst. Und diese Arbeit mit dem EQ ist natürlich nicht nur wichtig für akustische Gitarren, sondern auch für den Gesamtmix. Und bei einem Gesamtmix gibt es sechs Frequenzen oder sechs Frequenzbereiche, die hauptsächlich in deinem Mix Probleme machen. Wenn du wissen möchtest, welche Frequenzbereiche das sind, dann empfehle ich dir mein PDF, sechs Problemfrequenzen. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir das runterladen. Da erkläre ich dir diese sechs Frequenzbereiche genau und auf was du achten solltest, wenn du mit ihnen im Mix arbeitest. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Haben dich diese Tipps hier ein bisschen weitergebracht? Haben die dir geholfen? Oder wie misst du deine akustischen Gitarren generell ab? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare. Wenn du dich für das Thema Akkuklampfe interessierst, aber selber nicht Gitarre spielen kannst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir meine lieblingsakustische Gitarre von Native Instruments und wie du sie extrem realistisch programmieren kannst. Ich bedanke mich jetzt bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicantia und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!